Du hast die scheiß Wand durchgelegt! Wie brauchten wir? Ich war unter Druck! Das hast du selbst gemacht! Da kommen sie! Du musst die Visiere auf die Waffen packen. Ladung blockiert. Sind du? Jus, weg! Weg! Sehr gut, Chris! Coaches? Hab ich! Aber war eh! Miriam, schau da! Miriam, schau da! Miriam hat er, Chris! Miriam hat er! Miriam, schau da! Miriam, schau da! Nicht schau da! Du hast dich raus! Du hast dich raus! Du hast dich raus! Und du hast dich von rechts! Jetzt hast dich! Kann ich nicht! Der hat den Winkel! Oder du ehmst rechts ab! Weil dann kommt der nicht rein links! Ja, rechts! Was? Gehen wir rein? Ja, ja! Aber... Rechts! Da kommt auch noch einer! Pass auf! Wo? Links oder rechts? Oben! Da wo... Dort ist der Chris gerade! Ah, ich bin ja... Sehr gut! Letztes Mann werden im Raum sein! Ne... Ne... Schön Chris! Nimm mich da auch mal grad mit! Oben Dropper! Oben Dropper! Oben Dropper! Oben Dropper! Oben Dropper! Oben Dropper! Upstairs doch! Nein! Scheiße! Ich hab voll verkackt den... Hallo Tom! Hallo! Nehm an, du möchtest... Leise bitte! Da! Ist tot! Ey! Ich wollte dich gerade töten, Chris! Entschuldigung! Ich wollte halt nen geilen Pisszykel machen! Oh ok! Hinter uns... Cody! Hinter uns ist einer tot! Ich muss jetzt hier auf euch aufpassen! Wurde mir gesagt! Smoke! Hm... Bin tot! Nein! Durch Gläs! Der ist immer noch im Gläs draußen! Lappen versteckt! Lappen versteckt! Lappen versteckt! Oh! Runter! 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 Aufpassen! Draußen ist ein Gläs! Der weiß genau was er tut! Bleib in Deckung! Bleib in Deckung! Von den Fenster weg! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! What the fuck man! Hin zum links! Nur einer der ist hier! Geh rein! Leg dich hin! Hinlegen! 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 Zero links! Zero links ist einer! Da kommt einer! Zero wahrscheinlich! Einfach da ab! Einfach! Aim der ab! Nein! Aim der ab! Ich bin... Nein! Über dir! Oh Gott! Zero was? Hä? Wie konnte er sich sehen? Hat dir das... Hat dir das über dir geholfen? Nö! Was? Der ist so eifer über ihn drüber gesprungen! Was? Der ist so eifer über ihn drüber gesprungen! Also... Der hat aufgeschossen einer! Oh! Das war Gläs! So! Ich kann mich jetzt nicht mehr blicken! Gläs! Rechts! Alex! Und hoch gehst du da gerade durch! Danke Chris! Dass du Gläs umgebracht hast! Und dass du alle Schock drum zerstört hast! Du bist der Beste! Nicht! Bist dich! Ich feiere mich auch voll! Mieses Papier! Hallo! Ich brauche ein Erfolgserlebnis! Okay! Ich sack gerade richtig hart rein! Mieses Schaufen! Ich kontrolliere gerade ein bisschen, wo Feinde sind, ne? Ich sehe aber nix! Langweilig! Ah! Da oben! Markier! Da oben! Hast du gerade eins mit einer Schrotfilter drauf geschossen? Da sind zwei! Glaube ich! Warum?! Warum?! Ich weiß nicht wie lange es ist! Ash ist fast tot! Ash ist fast tot! Ash ist fast tot! Wie weit ist es noch so ne Reichweite von der Schaufflünde? Nicht so hoch! Also nicht so wie die Nova! Weißt du jetzt go? Die Last ist fast tot! Ah! Okay! Ash ist fast tot! Okay! Ich dachte jetzt n bisschen weiter! Wo ist die denn? Und hier! Über dem Raum! Einem Jopper! Das war ein Termite! Ne das war über Profisopper der Termite! Ne das war über Profisopper der Termite! Ich habe noch mit dem Sunset noch! Und zieht es sich! Da! Da! Ich bin da raus gegangen! Okay Leute! Wo sind die? Wo sind die? Was? Christopher da! Rechts! Nein da war sie! Die Tappe! Die Tappe! Da! Welche! Was? Ja! Ace! Bitch! Ace! Bitch! Hast du nicht gesehen wie sich der Stachala bewegt hat? Nein habe ich nicht gesehen! Ich habe gerade auf andere Sachen geachtet! Ja! Gut dass du mich hattest ne? Ja! Ich krieg wieder den Insta-Ted Shot! Aha! Die Biba! Bumse Biene! Bumse 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 Biene! Ne Michi? So! Das muss jetzt sein! Eigentlich ist er voll Toxic! Aber die haben mich dazu gebracht! Das zu schreiben! Warum hat mich hier überhaupt Trant S mehr? Also Trant S Server! Ah! Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen ne? Weißt du? Es gab eine ganzielle Schwierigkeit! Er bleibt doch einfach stehen! Weißt du? Ich schieße da auf! Und er bleibt einfach stehen! Weil... YOLO! Ey! Warum hat mich hier jetzt Trant S mehr? Weil er sein ganzes System ja rebooted hat! Stimmt ja! Ah! War das sein Privatserver? Äh! Quasi war es sein Privatserver! Das war ähm! Über so ne Funktion von zu Hause! So hatte er so einen kleinen Server! Und da hat er es drüber laufen lassen! Ich ja! Ich habe auf jeden Fall gerade einen da hinten gelaufen! Ich habe auf jeden Fall einen da hinten gelaufen! Ich habe auf jeden Fall einen da hinten gelaufen! Alexa! Alexa ist doch die Freundin von äh! Von Mario! Wer ist denn was? Alexa ist doch die Freundin von Mario! Das ist dieses Amazon Ding! Wollt ihr hab ich die Kamera heute? Was soll dieses Amazon Ding? Ja! Ja! Ey! Ich habe nur Assis bekommen! Was soll der Scheiß? Okay ich schieße schlecht! Aber die Gegner schießen schlechter! Ey fam! Ich bin... Dingens! Und sollte eigentlich... ... 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